Ein paar Leiche liegen nur rum. So, hier auch kein Muni. Nur ein Gewehr. Das ist hoher Raum. Jawohl, da haben wir wieder Muni. Daddy's gut. Ich mag gar nicht daran denken, wir werden das schaffen. Ich bin ihm ganz sicher. Ja, natürlich werden wir das schaffen. Ich hole euch da raus. Hans ist stark und sein Vertrauen in mich gibt mir Kraft. Mein Vater hieß Hans. So, weiter geht's, Freunde. Natürlich. Natürlich. Kann ich das Ding auch wieder eis haben? Nee, natürlich nicht. Das war auch ein bisschen buggy gerade, oder? Durchgeschossen. Das stimmt. Das stimmt, glaubt, generell ein bisschen was nennt, das ist gerade auch noch. Digga. So, was ist an dem, an dem Zaun da los? Was ist mit euch? Kein Zugang. Was hat denn der in der Hand? Irgendein Trichter? Mit irgendeiner Chemikalie? Vielleicht, hier ist irgendwas buggy, glaubt. Von der Map. Oh, oh. Das ist auch... What the fuck? Schade, jetzt hab ich ja noch ein neuer Monster. Was passiert jetzt, wenn ich da drüber laufe? Oh. 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 Weiß auch nicht. Oh. Oh, wir gehen mal da rein. Oh. Gleich vier, das wird hart. Was liegt denn da? Ah, das ist wieder so ein Preacher. Das ist wieder so, so ein Elefantengewirr. Oh. Oh. Ich lieb das Teil, Alter. So gut, ey. Ne, das ist mir zu schade. Für den Affe jetzt hier. So nen Schuss raushauen. Ich lieb das Ding echt. Das macht einen Damage, das Teil. Das ist Kinderlacher. Das sind Sachen, die... Das passt mir gar nicht. Also nicht, dass mir das Angst macht. Aber ich mag das nicht bei so Sachen, wenn da Kinder dabei sind. Oh, oh. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das steht noch hinter einer Türe. So. Bitches. Mäu. Hoho. Natürlich habe ich jetzt nicht troffen. Oh, Gitarre. Wie viel... Wie viel gibt es denn da noch? Ich habe da gesehen, neue Monster, die hinten zum Teil noch klamotten, die Skelette. Aber... Aber... Sie sind trotzdem war nicht... Ich verstehe jetzt den Sinn nicht ganz. Ich habe da verloren. Nein, Rotze. Irgendwas erwischt's immer. Good night. Baum. Jetzt müssen wir eine Leiche durchsuchen. Vielleicht finden wir Stielhand gerade und Waffe für die Breacher. Äh, Muni für die Breacher. Waffe. Waffe für die Waffe. Vielleicht finden wir eine Waffe für die Waffe. Ich hab übrigens ein Kombo von 42. Ein 44. Boah, ja. Was war denn unser Max-Kombo? Ich glaub auch so 45 oder so. Naja, wobei, ganz ehrlich, mit der Wumme hier ist das ja auch kein Kunst. So, wir hängen alle Stielhand gerade wieder voll. Jetzt kommen alle beide. Schade. Munition nach... Boah. Boah. Leute, ich hab doch mal dann umgeschaut, was da kommt. Hab ich eigentlich mein Kombo schon versaut? Shit, wann hab ich denn das gemacht? Nein. Keine Munition mehr. Warum hab ich denn mit kein... Für keine Munition? Da lieg ich Stielhand gerade ohne... Granate ohne Ende. Fuck you. Und dann ladet er noch und hört nicht auf. Ja, Preacher aufnehmen. Was bringt's mir ohne? Ohne Muni. Tötet sie, hat er jetzt geschrien. Jetzt hab ich mich mal verstanden. Der rennt dann auch noch zickzack der Schwulehund. Das kann er da nicht bringen. Nicht mit meinem Skill. Ne, ich kann da natürlich nicht rein. Was ist hinter mir? Und jetzt kommt das wieder. Das verschädt auch kein Mensch, oder? Denkt da jetzt wirklich jemand, die wären so doof jetzt und stellen mich da unten mit hinein? Oh. 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 Jetzt haben wir lieber das Pimpel enthand. Da oben schäbe ich schon wieder ein Tresorraum. Ja, natürlich ist hier ein Tresorraum. Was ist los? Ziel erreicht. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe. Ich verliere eine Menge Blut. Hat sie ihre Tage vielleicht? Der war schlecht, gell? Der war sehr schlecht. Das Funkgerät eigentlich nicht für eins. Ich mach das. Shit. Halt nur ein bisschen durch. Erreiche das Funkgerät. Ja, mach ich. Was war denn hier? Ne, knarre ich nicht. Was glitscht hier schon wieder so? Der macht es schon wieder so. Hier steht eine Rakete. Ja, hier steht eine Rakete, ja. Das ist wieder sehr vorsichtig drauf vorbeigelaufen. We start the microphone now, sagt der, oder? Da liegt er noch. War das jetzt auch noch von uns, oder? Ne, das war ein Zombie. Und da liegt er auch noch. Jetzt hab ich ihn drauf. Ich hab jetzt einfach mal auf den Geschossen. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch noch von uns war, oder nicht. Macht er auch nichts. Der war schon tot. Wenn jemand was sagt, sag ich einfach, der war schon tot. Das war ich nicht. Oder ich sag, der hat auch gefangen. Ein Schluck Coke. Also der war schon tot. Das war ich nicht. Und ich glaub, das ist ein Sie. Das ist die, die vorhin mit uns gefunkt hat. Ne, sieht er aus wie ein Er. Wie ein Er. Ne? Ein Bleistift im Ohr steckt, oder was? Ja, jetzt haben wir es. Ihr müsst jetzt mal noch kurz warten. Ich muss mal den Typ da untersuchen. Ja, der hat einen Bleistift im Ohr. Oh Gott, oh Gott. Ich hab ihn ja noch. Den da. Geschossen gerade. Tja. Wahnsinn. Was meint er? Ist es klug, hier zu bleiben? Ich glaube nicht. Weil das könnte böse in der Sack also enden. Suchen wir mal ein Plätzle. Wo ich besser wegrennen kann. Angst hab ich auch keine, aber wegrennen kann ich. So, und zwar das Plätzle hier wie was, Thompson? Thompson wie nicht. Das Plätzle hier ist nicht schlecht. Boah, habt ihr es gesehen? Es ging sogar durchs Haus durch. Jetzt geht er runter. Also, nichts geht hier unten. Also, irgendwie hab ich das Gefühl, dass die Kontrollpunkte oder die, ich sag nichts. Und ich wollte gerade sagen, dass die immer leichter werden. So, jetzt haben wir sogar den von seinem Turm da runtergeschossen. Wir müssen viel mehr rumwackeln, oder? Boah, shit. Boah, shit. Oh, oh, meine Ohropüße. Hey, Jungs. Jungs, Jungs. Was ist da los? Ja, hey, Jungs. Cos rein. strips. Oh, ne, wo ist er? Da unten ist er. Der hat das Ding nicht platzieren können. Warum, kann ich euch nicht sagen. Oh, ne, wo ist er? Ich muss ganz gediege, ganz gechillt bleiben. Da muss man ruhig bleiben in so einer Situation. Bringt alles nichts. Dann hören wir eh gleich. Wenn man manchmal nicht durchschießen würde. So, Leute. Alles halb so wild. Erreiche das Funkgerät. Da oben gab es auch Muni. Das ist gut. Können wir hier wieder voll machen. Was sagt er? Da ruft jemand, oder? Ziel erreicht. Entel report, dass die Nazis etwas genannt haben, die sogenannte Sagamata-Relik. Es scheint, dass es die Schlüssel zu kontrollieren, die Zombie-Meneß zu kontrollieren. Wir denken, dass wir ihre Position haben. Entschuldigung, Leute, aber wir brauchen Sie, dass Sie zurück in den Lion's Den. Ich muss nochmal in die Höhle des Löwen. 80% mit Zielfernrohr. Und ohne? Berlin, wenn es einen Funken Hoffnung in diesem Albtraum gibt, dann sicher nicht in dieser Stadt. Dennoch musst du dich zum Kaiser-Friedrich-Museum durchschlagen und die Sagamata-Relik finden. Reliquie finden. Sagamata-Relik. Ist das ein Russe, der Amerikanisch spricht? Weil im Trailer heißt er Zombie-Army-Trilogie. Los, Mädels. Ready for take-off. Was müssen wir denn hier jetzt machen? Bestimmt. Also wir müssen jetzt bestimmt Zombies töten, oder? Na Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, ich bin schon überfordert gefühlt. Ich habe schon gedacht, wir müssen mal was anderes machen. Oh, jetzt wird es knifflig. Ne, wird es doch nicht. Da gibt es eine Türe. Ich habe schon gedacht, ich muss irgendeinen Geheimgang suchen. Oh, ins Wasser. Und neue Musik. What the hell. Dann wird es einmal Zeit für eine Stielandgranate da hinten. Oh, es stehen nur welche. Okay. Okay. Bis zum nächsten Mal.